IGW – Präzision und Geschwindigkeit für die Automobilindustrie Individuell und effizient setzen wir die Anforderungen der Motoren- und Automobilindustrie in abhobungsfähige Komponenten und Baugruppen um. Für jedes Einsatzgebiet, von Motoren und Aggregaten bis zur Elektromobilität, bieten wir die beste Materialkombination. Von Formschläuchen und Dichtungen aus Silikonkautschuk bei Bedarf mit Verstärkungen aus Aramidgewebe oder Stahlringen über Polyamid-PA6 mit bis zu 35% Glasfaseranteil, z.B. für die Fertigung von Zylinderkopfhauben und Ölwannen, Polyurethan in unterschiedlichen Härtegraden und Flexibilitäten, z.B. für Rohluftansaugungen, Leitungen mit Verbindungselementen aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium, CNC-gesteuert in Form gebracht sowie Blechbiege oder Schweißkonstruktionen bis zu komplexen Systemen aus dem Verbund von harten und weichen Werkstoffen. IGW – Solutions in Prototyping